Es gibt doch das Gerücht des Alternative Boards leicht zu brechen werden. Wir widerlegen das jetzt mit dem Alternative Bunting von 2016. Viel Spaß beim Zuschauen. Nothing breaking. Warte, lass mal ein bisschen rüberholst du. Was ist denn das für ein Scheißteil? Viel zu stabil. Komm alle rauf. Wir brauchen was schweres, das wäre ein Auto da. Noch mal. 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 Jetzt hat es gebrochen. Weiter. Weiter. Du musst nur hüpfen. Nein, nicht schütteln. Stell das mal. Oh Gott. Weil wir gerade eine Brause haben. Wieso macht ihr eigentlich die Sportabucht? Wieso machen wir das? Es gibt ein Gerücht das Alternative Boards leicht brechen. Das wird jetzt widerliegen. Ich hab gehört, alternative Boards noch brechen. Ja! Ja, Mann! Ja! Jetzt breche es! Also ich möchte nicht zahlen. Jetzt zahlen! Jetzt bezahlen! Ich möchte nichts sagen. Aber was ist denn da so drin? Ist das ein Ü-Ei? Ja, jetzt schon, ja. Ja, es war ja schon vorgebrochen wahrscheinlich. Nein, 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 nein. But much tries, man! Next try! Ich nehm's, ich nehm's! Ich nehm's! Fahr mal damit! Ja, das ist... Let's skate it!